Die medizinische Fakultät der JKU. In Linz Medizin zu studieren, das ist seit zehn Jahren möglich und mittlerweile eine Art Erfolgsmodell. Wir haben inzwischen eine Kohorte von 320 Studierenden, die wir im kommenden Herbst aufnehmen werden. Das ist nur ein bisschen weniger als beispielsweise in Graz oder Innsbruck und damit hat sich eigentlich das Studium voll etabliert. Und es zeigen auch alle Umfragen, auch Untersuchungen des Ministeriums, dass die Ausbildungsqualität sehr, sehr hoch ist und in vielen Bereichen auch besser eingeschätzt wird von den Studierenden als an anderen Standorten. Also insofern sind wir da sehr zufrieden damit. Der Fachkräftemangel macht aber auch vor qualifiziertem medizinischem Personal nicht halt. Wir haben jetzt einen Mangel an Ärztinnen und Ärzten in gewissen Fächern, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pathologie oder auch Amtsärztinnen und Amtsärzte. Und wenn man sagt, nach dem Studium möchte ich genau in diesen Fächern tätig sein, weil es interessiert mich, dann kann man sich jetzt bewerben auf einen der zehn reservierten Studienplätze. Ausgewählte Kandidaten sollen nun einen leichteren Zugang zum Medizinstudium erhalten. Ernsthaftes Interesse für das Fachgebiet ist Voraussetzung. Bisherige ehrenamtliche Tätigkeiten in medizinischen Bereichen werden bei der Auswahl der Bewerber berücksichtigt. Mit dem Schritt soll es jetzt gelingen, dass wir Leute dafür bekommen, die sich aber dann eben auch verpflichten, nach dem Studienabschluss zehn Jahre in diesem Beruf zu bleiben. Schon während der Ausbildung gibt es Geld aufs Konto. Man bekommt 1000 Euro pro Monat und ist gleichzeitig noch krankenversichert, unfallversichert während dem ganzen Studium. Trotz aller Bemühungen und vieler abgeschlossener Medizinstudien herrscht da und dort ein Ärztemangel, vor allem außerhalb der Ballungszentren. Ja, es ist so, wir haben eigentlich so viele Ärztinnen und Ärzte wie noch nie. Linz als medizinische Fakultät ist dazugekommen mit jetzt dann 320 Studien, Einsteigerinnen und Einsteigern, die es ja zuvor auch nicht gegeben hat. Trotzdem brauchen wir mehr, trotzdem gibt es nicht genug und daher sind so Schritte ganz besonders wichtig. Es ist sicher wichtig, es ist entscheidend für die Versorgungssicherheit und es war ja auch einer der Grundgedanken, die medizinische Fakultät zu gründen, dass man hier eine Ausbildung, eine qualitätsvolle Ausbildung hat, die haben wir jetzt. Und dann braucht man natürlich auch noch die Rahmenbedingungen, dass die Medizinerinnen und Mediziner, wenn sie im Studium fertig sind, auch entsprechend hierbleiben. Aber auch unsere Umfragen zeigen, dass der bei Weitem überwiegende Teil der Studierenden dann auch in Oberösterreich entsprechende Tätigkeit aufnehmen will. Also insofern sieht man wirklich, dass wir hier einen enormen positiven Einfluss entwickeln konnten. Derzeit sind nur die Krankenhäuser der Gesundheitsholding mit an Bord. Gespräche mit den Ordenskliniken laufen.